Hallo Kinder! Na, erkennt ihr mich noch? Meine Haare sind so lang gewachsen, weil die Friseure alle geschlossen haben. Wird Zeit, dass sie wieder aufmachen, finde ich. Ich möchte heute mit euch endlich die Ukulele mal wieder stimmen. Und dafür habe ich das Stimmgerät hier schon angeklemmt. Und meine Ukulele war, glaube ich, auch länger hier in der Wärme, in der Sonne und ist etwas verstimmt. Jetzt fange ich mit der G-Seite an. Aha, das zeigt schon G, aber der Ausschlag ist ein bisschen zu weit rechts. Also ist sie zu stramm. Ich muss das mal ein bisschen lockerer machen. Oh nein, jetzt habe ich falsch rumgedreht. Andersrum drehen. Ah, der Ton verändert sich schon. Jetzt ist es gut. Sehr schön. Ich bin zufrieden. Jetzt kommt die C-Seite. Oh, die ist auch ein bisschen zu heiß geworden. Ist zu stramm. Muss ich rückwärts drehen. Ah, kann das sein? Ich glaube, ich drehe falsch rum. So, jetzt ist grün. Die C-Seite stimmt. Aha, klingt eure auch so? Ist ein bisschen zu tief. So, ja, da rutscht wieder weg hier der Anzeiger. Okay, aber so ist es wohl gut. Jetzt kommt die E-Seite. Große Clowns essen alles. E. Ah, die ist auch zu hoch. Lass uns mal gucken. Mal sehen, ob ich es gleich hinkriege, dass ich rückwärts drehe. Ja, oh, das ging schnell. Klingt eure E-Seite auch so? Gut. Oh, sie ist noch ein bisschen. Nein, sie ist gut. Jetzt kommt die, richtig, die A-Seite. Auch meine A-Seite ist etwas zu hoch. Ich drehe rückwärts. Spiele währenddessen und... Tada! Das A-A-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Ist alles da. So, jetzt kann ich loslegen. Okay. Ja, ich wünsche euch auch viel Erfolg mit dem Stimmen. Und wenn es gar nicht geht, dann ruft mich an. Dann machen wir das mit einem Videotelefonat. Und das hat schon einmal sehr gut geholfen. Tschüss!